Die Striker 9 wurde mit dem letzten Update endlich verbessert und ist jetzt einer der Top-SMGs, die man aktuell spielen kann. Die Waffe war zwar eine etwas schlechtere Time-to-Kill als die beiden anderen Meta-Waffen, die HMR und die AMR. Trotzdem, was Movement-Geschwindigkeit und Präzision und allgemeines Gun-Feeling angeht, muss man sagen, nach dem Update ist das einer der Top-3-SMGs, die man aktuell spielen kann. Im Verlauf des Videos wird es immer den Klassengeld geben mit den besten Loadouts, mit den besten Aufsätzen. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt gerne dran, gönnt euch das ganze Gameplay. Ich sag nur einmal deine Lobbys, wir starten rein ins Gameplay, lasst ein Like und ein Abo da. Let's go. Wir brauchen uns rechts schräg gegenüber. Ja. Bei dir hinter. Noch zwei, noch zwei. Einer noch unter uns. Über uns. Ich finishe den kurz. Noch einer. Noch nicht. Okay. Einer von denen war top noch auf jeden Fall. Direkt ihr once. No. Ich glaube unter dir. Hinter mir, hinter mir. Oder? Ne. Steps skirt. Hättet ihr gelandet? Da hinten. Oh Gott. Nice. Einen Aim von ganz weit weg. Bei dir? Ja, unten bei mir, aber ich glaube der... Ja, hast du gehört, oder? Wird angeschaut vom Fenster vor mir. Dann acht Leute oder so. Ja, das stimmt. Ich bin da, ich hab LMG. Money, 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 money. Feier, 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 warte. Was, was hier passiert? Die anderen sind bei dem Shop, siehst du die? Oh, oh, oh. Da gedroppt, wo du den ersten holt bist. Nein, das ist oney. Ich kann nicht. Alles leer. Alle Waffen leer. Alles falsch. Ich droppe ne Moneybox hier. Oh, ich gehe gegen, aber mir glaube ich gegenüber. Ja. Hätt' angeschaut. Ja, der ist direkt vor uns. Der ist genau Treppenaufgang bei mir. Ich prezi das. Ich hab mich geprezi das auszusehen. Schade. Renog. Nice. Fami. No way. Hast du? Ja. Immer noch bei dem Shop. Ich muss mich kurz bladen. Boah, klasse. Holy shit. Enemy's dropping. Okay, der ist oben. Housemaking. Ich hab wirklich mit meinem Körper mitgelenkt. Das ist ja crazy. Nice. Oh shit. Rechts. Rechts gelandet. Ja, ja, hast du. Anders. Hier rüber. Ja. Einer knockt auf dem Ping. Ich lag kurz nach. Ja, guter Call. David and Russen. Ja, du nervst mich vielleicht ganz schön da hinten. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Gerade absolut keine Ahnung. Ja, lass die mal dubbeln unten hier. Du wirst über die hochkommen. Ja, auf dem Ping sind die Mates von denen, die ich holte, ab unten. Oh, hier läuft einer bei mir. Maybe dead. Oh mein Gott, ich bin auch runtergefallen. Enemy's dropping. Okay, baby. Unter mir. Unter mir jetzt ein bisschen. Ja, is weak. Weak hier unten. Weak. Wobei bei mir hier oben sind auch welche. Ja. Wart auf dich. Fuck you, man. Erinnert mir noch einer? Ist der knock da? Über uns direkt. Ja, ich geh mal ein bisschen weiter. Alles close. Pass. Smoke uns. Close links. Ja. Bleib stehen, bro. Bro, mein Headset geht gleich aus. Nein. Nein. Nicht jetzt. Loady, loady, loady. Ich muss mich kurz anschließen, Digga. Ja, das gut mach. Ist ne Gigabot-Lobby, holy shit. Nice. I'm him, sagt er. On me. I'm not him. On me, on me. Der kommt rechtsaußen. Wenn du weiter durchgehst, bist du hopp. No way. Richtig da. Da kommen noch welche rein. On me. Vor mir. Noch einer über uns. Äh, lassen gleich pushen. Ja. Alle ganz hinten. Ich versuch mal links hier. Ich komm mit, ich komm mit. Ich hab schon oben angeschaut. Ist runter. Ich mach Drohnen an. Kauf dir ein Self. Zwei hier unten. Zwei hier unten. Ich hol den einen hier. Nein, Bro. Nein, Bro. Von oben. Ja, ja. Fahr weiter. Ich muss eben wieder reingehen. Ist ja wieder irgendwas. Du kannst zu uns kommen, dann kannst du dich hochseppen, dann können wir aufs Dach gehen. Ich sit mich schon mal hoch. Ah, da ist jemand. Nein, 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 nein. Ich werd so gehatet für die Lobby. Ist das geist krank? Krieg's easy dann. Nein. Easy dann. 20. Nice. Schaffst du's top zu kommen? Boah, grad schwierig, sag ich ehrlich. Okay, okay, okay. Nice. ich lasse ihn kaufen er hat nicht gekauft, er hat sich Waffen gekauft irgendwas ok 3 gegen 2 ich glaube die müssten top sein hä ist einfach raus, oder? so, das wäre es im Gameplay zu der Stryker 9 ich glaube man hat es sehen können Präzision, Movement, sehr stabile Waffe eine sehr starke Waffe, speziell für Ashika und Wondel für die maximale Präzision, die Jug-BfB-Mündung das habe ich im Video gespielt aber wie gesagt, ihr könnt auch die Sam-35er-Mündung spielen die ist auch auf jeden Fall ganz gut plus ihr werdet nicht als Orbi-Markierung angezeigt dazu der lange Stryker, Reconlauf, Bullet-Locity-Geschossgeschwindigkeit plus Bewegungstempo beim Zielen Rotpunkt-Visier, da ich finde das Ironside-Waffe ist jetzt nicht so ultra clean deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, spielt das Nieder-Visier sehr sehr clean Übersicht dazu der DR6-Handstopper für Bewegungstempo plus ZV-Geschwindigkeit auch ganz wichtig und das 50-Schuss-Magazin das ist die Stryker 9 die nach dem Update wirklich extrem stark ist solltet ihr auf jeden Fall mal testen wenn ihr zum Beispiel mit der HM mit der AMR nicht so gut klarkommt könnt ihr auf jeden Fall auch die Stryker 9 testen sehr clean gute Präzision könnt ihr auch auf über 10-12 Meter auch gut damit beamen deswegen testet es gerne mal aus das wäre es noch ein Video ich hoffe es hat euch gefallen falls ja lasst gerne einen Daumen nach oben da abonniert den Kanal wir sehen uns im nächsten Video auf dein Ciao bis zum nächsten Mal Peace Bis zum nächsten Mal